FC St. Pauli gegen den FC Bayern München. Aktuell 15. gegen den aktuell 1. oder auch von 2002. Der Weltcup-Siegerbesieger gegen den deutschen Rekordmeister. Das hier ist die FC 25 Prognose. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck. Und jetzt die 25 Bundesliga-Spieltag. Der FC St. Pauli gegen den FC Bayern München. Und damit gehen wir rein in die 1. Halbzeit. Ich spiele Bayern München in den weißen Trikots gegen St. Pauli, die Heimrecht haben von links nach rechts. Und ja, Mittwoch Champions League Bayern München gegen Manfica Lissabon. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Das war auf jeden Fall nicht große Fußballkunst vom FC Bayern. Was denn nu? Junge, ich bin zwei Sekunden im Spiel, will hier was erzählen und du und du brichst dir das Spiel wegen... Wat? Was ist passiert? Ein angebliches Handspiel? Das habe ich doch ausgestellt. Also, und ein Foul war da auf keinsten. Kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Wirklich nicht. Ey, unbelievable ist das hier schon wieder. Da kriegen wir den Freistoß. Eggestein. Eggestein läuft an. Überläuft den Ball. Der andere auch. Und... Ach, Manuel Neuer. Großtat. Musste richtig hart eingreifen. Nicht zum Glück. Ja, ich meine, am Mittwoch musste er auch nicht so hart eingreifen. Benfica war ja nun nicht gerade mal großartig im Kommen, was die... Angriffe angingen. Aber auch der FC Bayern München hat sich sehr, sehr schwer getan gegen Benfica Lissabon. Also ich will nicht sagen, dass Benfica Lissabon nicht eine Mannschaft ist, die großartig auftrumpfen kann. Das können sie natürlich. Aber da hätte ich schon einen höheren Sieg erwartet. Jetzt ist Pauli heute am Start. Das auswärts. Da muss der FC Bayern München natürlich auch einiges reißen. Hoffentlich steht die abwändig wieder zu hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass Pauli so ein, zwei Dinge auf jeden Fall durchbringt. Das ist ein Schuss und leider Gottes hat Ulisse nicht damit gerechnet, dass der gegnerische Torhüter diesen Ball halten wird. Schade, Marmelade. Ulisse jetzt mit der Ecke. Die kommt nicht schlecht, wollte ich sagen, aber wurde abgefangen. Schade, Marmelade. Bis jetzt noch gar kein so gutes Spiel von meiner Wenigkeit. Koman, der ja endlich mal wieder ein bisschen fitter ist. Ulisse? Junge, eigentlich solltest du den gleich aufs Tor bringen und nicht noch abwarten, Tee trinken. Und darauf hoffen, dass vielleicht irgendwer von den Gegenspielern dann am Ende deinen Fuß... Boah! Chance und über Chance, mir. Aber starker Keeper, starker Keeper, schade Marmelade, muss man schon dazu sagen. Ja, aber er hat natürlich perfekt gestanden. Der Ball ging auch mehr oder weniger einfach nur auf ein Tor, 어우 nicht so genial von mir geschossen. Klar, nächster Eckball... Boah, das ist doch nicht dein Ernst. Kimmich... eine chance nach der nächsten und der paulie keeper der rechts einfach danach dass er jeden behalten kann das ist wirklich sehr sehr großes kino kannst du dir ehrlich gesagt so nicht ausdenken schön gedacht muss man gestehen aber manuel neuer einfach an der richtigen stelle zur richtigen zeit ich dachte gerade schon dass ich den pass jetzt nicht durch wie er hat was der kommt sogar an neuer denken ja fast ein bisschen besser hättest du stehen können aber es sollte am ende nicht sein und ließe sie darf und der ist aber auch wirklich kein so schlechter einkauf muss man ja mal dazu sagen am anfang der saison also bevor die sonne gestartet ist dafür 53 mille das ist schon hart für einen 22 jährigen von dem man noch nie so wirklich in deutschland gehört hat da finde ich ja die 50 mille für polinja völlig umsonst ausgeben ich meine kurz wie der schmort auf der ersatzbank und da gehört er in meinen augen nicht hin das wäre eigentlich der kunden geniale partner zu kimmich die halt auch in den jahren zuvor aber leider nein da habe ich den ball schön sah nicht cremig durch die abwehr reingehauen und dann kriegt herr beginn ist nicht gedeichselt den schmatter irgendwie unterzukriegen schicken der kommt gut und er setzt zum 1 zu 0 der auch am mittwoch gegen benfica getroffen hat mann und wieder ganz ganz großes kino hat aber auch zum glück noch 100 jahre gedauert das kannst du hier alles nicht ausdenken es ist wie es ist man mann 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 ganz ganz großes kino und das hier ist also wenn es den company ja herzlichen glückwunsch also verstehe es in vielen punkten nicht da gibt man so viel geld aus für so ein spiel und dann ist noch nicht mal winzen company original aber gut ich meine manche manager die man zur auswahl hat wenn man eine manager karriere spielt ist es das also auch schon sehr 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 schlecht dass da nur der nuri zur auswahl steht wir gehen gehen 2 zu 0 durch harry von de kane und das noch vor der halbzeit grandios gespielt musiala mit dem auge für harry kane der mit der rechten picke das ding dann im kasten versenkt ganz ganz großes kino hier zweimal der tor wieder der paulianer auf jeden fall ohne chance so muss das sein und damit pfeift der schiedsrichter ab zur halbzeit welcome back zur zweiten halbzeit wir führen 2 zu 0 durch musiala und harry kane zwei wirklich grandiose tore die uns helfen dabei hoffentlich den sieg dann hier auch einzufahren das weiß man ja jetzt natürlich noch nicht oh ja der kopf schade der war nicht schlecht gedacht und ließe aber eigentlich sollte der da gar nicht hingehen aber am ende was wir jetzt machen manchmal jetzt habe ich den ball schon was fast nur kriegen freistoß wofür war das passiert aber abseits oder was naja sagt doch man so ohne tun ist natürlich hat man das nicht aber was schutz mogen was wirst du machen irgendwie musst du ja hier auch ordentlich pfeffer drin haben da wollte ich den ball hinspielen genau also der sollte auf jeden fall zu kim gehen weil er ist auch einer meiner lieblingsspieler ist das monster aus der serie a 50 millionen eigentlich auch bis heute völlig umsonst aufgegeben neuer neuer am start also ich meine du kannst mir aber deine meinung zu kim palinja und opa mikano in die kommentare schreiben aber ich würde am ende behaupten dass du eigentlich vielleicht sogar meiner meinung bist oh harry kane junge was war das denn? musst du machen alter verweilter hallo das ist ja hier völlig unglaublich so was ist denn da los jetzt jetzt schnapp dir doch mal die pille ja so auf gar keinen fall oh der kommt durch oh der lockte aber abseits vorher oh manometer mein herz ist mir gerade schon in die hose gerutscht du das ist ja hier richtig großes kino in der ersten halbzeit gefühlt vor unserer pony nicht zu sehen und jetzt haben die hier zwei großchancen gehabt da bin ich gerade leicht verwundert oh kein so schlechter pass wir versuchen es oh das gebellt steht dazwischen das ist ja richtig hart Latte Harry Kane doch noch kein doppelpack in diesem spiel chancen waren da leider gottes nicht gewahrt oh da ist er doch an der pille hallo palinja ja den wollte ich haben den 50 millionen umsonst einkaufen schön so oben ja eigentlich soll der ein stück weiter nach oben spielen genau oh hier junge ich komme nicht weiter laufen mit dem freistoß zu lappen all der verwalter fällt doch gleich den schmatter da hast du gesehen dass da niemand mehr laufen kann kannst du dir nicht ausdenken so hat wirklich also schiedsrichter braucht 100 jahre du okay mich was tust du solltest den ball auch spielen ja sie waren wenigstens ist immer gegen den st pauli spieler schneller hey dieser kim schön durchgesteckt durch stecken sehr schön mann klaus peter Ja, der Torhüter ist bis auf diese zwei Grußchancen einfach anscheinend unüberwindbar. Wieder nix. Spiel ihn doch, schieß ihn doch. Boah, gemisch. Wieso denn nicht aufs Tor, Junge? Der sah doch gar nicht so schlecht aus, zumindest von der Position. Und dann geht der gefühlt 80 Meter links daneben. Mann, was soll denn ditte? Wirklich? Kannst du dir einfach nicht ausdenken. Was ist übrigens dein Tipp für dieses Spiel? Auch das kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn dir das Video gefällt, natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben geben. Denn das hier sind Spiele, die produziere ich natürlich gerne für dich, wenn die Zeit da ist. Also wenn du mehr davon sehen willst, dann müssen natürlich hier ordentlich, muss hier ordentlich der Like-Button gesmasht werden. Weil ansonsten geht es natürlich eher um Videos, die dann Experimente likes sind. Und ich kriege in der 82. Minute doch noch einen Gegentreffer. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Wo war da Upa Meccano oder auch Kim? Ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich habe es doch. Und dann geht Upa nicht ran und Kim guckt zu und trinkt eine Tasse Tee oder was. Also wirklich. Wenn man das Davis nicht rankommt, ist klar. Aber Kim war ja wohl positionstechnisch ein bisschen besser dran. Da kriege ich hier echt noch ein Gegentor. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt gegessen in das Spiel. Musi. Oh, wie, so ein Ding, ey. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Schön geschippt. Der kommt nicht an. Schieß doch. Oh. Ist dieser Keeper einfach nicht mehr ganz close per oder was? Der hätte hier gefühlt jedes Ding. Wirklich. Ich komme hier fast zu gar nichts. Oh. Cheese. Retsche. Und dann doch noch Kim. Alter, ich bin schwer begeistert. Schwere Begeisterung ist mir egal. 3-1, das ist viel wichtiger. Auch wenn das jetzt Kim war, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnen muss. Oh. Der hat mich gefault. Das war ein Foulspiel. Ich brauche mal ein Meter. Los. Pfeift doch mal. Mano. Er hätte ruhig pfeifen können. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Boah. Der hat wirklich ein Maßstum. Und das Spiel ist vorbei. Laut der FC 25 Prognose gewinnt Bayern München gegen St. Pauli, den ehemaligen Weltcup-Sieger-Besieger. 3-1. Was ist dein Tipp? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Das Video mit deinen Freunden teilen. Und bis zum nächsten Video. Das nächste hier auf jeden Fall nochmal rein. Bundesliga. Aber im neuen Champions League-Format. Einfach geniales Video. Weil das, was da passiert, wirst du mir eh nicht glauben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Maschur.